Mick Jagger, geboren am 26. Juli 1943 in Dartford, Kent, England, als Michael Philip Jagger, ist eine Ikone der Rockmusik und vor allem als Liedsänger und Gründungsmitglied der Rolling Stones bekannt. Seine dynamische Bühnenpräsenz und seine unverwechselbare Stimme haben ihn zu einer der bekanntesten Figuren der Rockmusik gemacht. Jagger lernte Keith Richards, seinen zukünftigen Bane-Kollegen, während seiner Kindheit in Dartford kennen. Aufgrund ihrer gemeinsamen Liebe zum Blues und der Rampé-Musik kamen sie 1960 wieder zusammen. Zusammen mit Brian Jones, Charlie Watts, Bill Wyman und Ian Stewart gründeten sie 1962 die Rolling Stones. Der Name der Band wurde einem Song von My Devotas entnommen und spiegelt ihre Blues-Anflüsse wieder. Die Rolling Stones erlangten schnell Ruhm und wurden Teil der britischen Invasion von Bands, die in den frühen 1960er Jahren in den USA populär wurden. Ihre Musik entwickelte sich im Laufe der Jahre von Blues und Randbett zu Rock, Pop und anderen Genres. Jaggers Songwriting-Partnerschaft mit Keith Richards brachte viele Hits der Band hervor, darunter, I Can't Get No, Satisfaction, Banned It Black und Sympathy for the Devil. Jagger ist bekannt für seine energiegeladenen und oft provokanten Auftritte, seine unverwechselbare Stimme und seine langjährige Erfahrung in der Musikindustrie. Seine Karriere bei den Rolling Stones erstreckt sich über mehr als sechs Jahrzehnte, in denen die BN zahlreiche Alben veröffentlichte und viele internationale Tourneen unternahm, was sie zu einer der beständigsten und erfolgreichsten Rockbands der Geschichte machte. Neben seiner Musikkarriere beschäftigte sich Jagger auch mit der Schauspielerei und der Filmproduktion. Er besuchte die London School of Economics, bevor er sich ganz der Musik widmete. Sein Privatleben, einschließlich seiner Beziehungen und Ehen, war Gegenstand großer öffentlicher Aufmerksamkeit. Er hat mehrere Kinder aus verschiedenen Beziehungen. Jagger wurde 2003 für seine Verdienste um die Popmusik zum Ritter geschlagen und würdigte damit seinen Beitrag auf diesem Gebiet. Trotz seines Alters tritt er weiterhin mit den Rolling Stones auf und tourt damit und behält seinen Status als legendäre Figur der Rockmusik.